hallo und herzlich willkommen meine liebe Freunde hier zu einer weiteren Führerstandsbettfahrt heute in der CFL Cargo eine Diesellok der kommt leer vom Steinbruch Richtung Mindenhauptbahnhof bzw. Gitterbahnhof Richtung weiter Richtung Bad Oeynhausen wir werden heute bis Porto Westphalica mitfahren und ja ich wünsche euch viel Spaß und ich wünsche euch viel Spaß und ich wünsche euch viel Spaß beim nächsten Mal und ich wünsche euch ein paar Tage die ich bis zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020